Polizeiberichte Berlin 30. März 2023 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht mit gestohlenem Auto geflüchtet und Verkehrsunfall verursacht Nummer 0457 Zu einem Verkehrsunfall mit einem zuvor entwendeten Fahrzeug kam es gestern Nachmittag im Ortsteil Falkenhagener Feld. Nach den bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein 78-Jähriger kurz nach 11 Uhr den Polizeinotruf. Er schilderte, dass er aus dem Fenster seiner Wohnung in der Feldstraße geschaut und soeben beobachtet hatte, dass zwei Personen seinen vor dem Haus geparkten Wagen entwendeten und in Richtung Gröner Straße davon fuhren. Gegen 17.20 Uhr meldete sich die 37 Jahre alte Tochter des Autobesitzers beim Notruf und gab an, das gestohlene Fahrzeug in der Westerwaldstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld entdeckt zu haben, in welches zwei Männer eingestiegen und davon gefahren seien. Die Frau folgte den beiden mit ihrem Wagen und meldete der Polizei den Standort. Kurz vor der Ecke Pionierstraße kollidierte das Fluchtfahrzeug mit einem entgegenkommenden Streifenwagen sowie dem Auto eines bis dahin unbeteiligten 43-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde ein Polizist am Kopf und Oberkörper verletzt, kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus und beendete anschließend seinen Dienst. Sein Kollege erlitt eine Prellung am Knie, setzte den Dienst aber fort. Das gestohlene Auto wurde kurz darauf verlassen noch in der Westerwaldstraße aufgefunden. Laut Zeugenangaben sollen die beiden Verdächtigen zu Fuß geflüchtet sein. Die Ermittlungen zum Diebstahl, dem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und zum Verkehrsunfall sowie die Fahndung nach den Flüchtenden hat die Kriminalpolizei der Direktion 2, West, übernommen. Bericht, Jugendlicher durch Messerstich verletzt Nummer 0458 In Moabit wurde gestern Nachmittag ein Jugendlicher bei einer Auseinandersetzung durch einen Messerstich schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen von Zeuginnen und Zeugen geriet der 17-Jährige gegen 15.35 Uhr auf dem Gehweg der Erasmusstraße mit zwei jungen Männern aus bisher nicht bekannten Gründen in einen Streit, der schließlich in einer Rangelei endete. Dabei soll einer der Kontrahenten dem Jugendlichen einen Messerstich in den Rumpf zugefügt haben. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß in unbekannte Richtung. Passanten kümmerten sich zunächst um den blutenden Verletzten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 17-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen und intensivmedizinisch betreut wurde. Lebensgefahr soll für den Jugendlichen nicht bestehen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und zu den Tatverdächtigen dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 2, West, übernommen. Bericht, Überfall auf Tankstelle Nummer 0459 In Pankow überfielen zwei Männer gestern Abend eine Tankstelle und verletzten eine Mitarbeiterin. Nach Angaben der 64-jährigen Angestellten sollen gegen 21.10 Uhr zwei maskierte Männer in den verschlossenen Verkaufsraum der Tankstelle in der Damero-Straße gewaltsam eingedrungen sein. Das Duo soll die Herausgabe von Geld gefordert haben und daraufhin der Mitarbeiterin mit einem Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Anschließend sollen die Männer die Kasse aufgebrochen haben und mit der Beute aus den Räumlichkeiten geflüchtet sein. Beide sollen zu einem mutmaßlichen Komplizen in einen Pkw gestiegen sein, um in Richtung Berliner Straße zu flüchten. Die alarmierten Rettungskräfte brachten die 64-Jährige in ein Krankenhaus, wo die Reizung ihrer Atemwege behandelt wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Raub hat ein Fachkommissariat der Direktion 1, Nord, übernommen. Bericht, Kind auf E-Scooter angefahren und verletzt Nummer 0460 Gestern Nachmittag wurde in Marzahn ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Das Kind soll nach den bisherigen Aussagen von Zeuginnen und Zeugen gegen 17 Uhr die Rienstraße von der Landsberger Allee in Richtung Friedrichsfelde befahren haben und an der Kreuzung Rienstraße Allee der Kosmonauten auf der Fußgängerfurt mit dem Roller fahrend eine rote Ampel missachtet haben. Zeitgleich soll ein 60-jähriger Pkw-Fahrer, der die Allee der Kosmonauten von Lichtenberg kommend in Richtung Märkische Allee befuhr, die Kreuzung bei grüner Ampel überquert haben. Hierbei stieß er mit dem jungen Scooterfahrer zusammen. Der Junge erlitt eine Verletzung am Bein und wurde durch alarmierte Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr zum stationären Aufenthalt in ein Krankenhaus gebracht. Bericht, kein Erfolg für sechs Langfinger Nummer 0462 Gestern Abend wurden in Reineckendorf und Treptow-Köpenick mehrere Fahrzeuge aufgebrochen. In beiden Fällen hatten die Tatverdächtigen nicht lange Freude an den von ihnen erbeuteten Werkzeugen. Stattdessen befinden sie sich nun in Polizeigewahrsam. Nummer 0462 Kurz nach 20 Uhr wurde ein 37-jähriger Autofahrer in der Stärkraderstraße, in Tegel, auf zwei Männer aufmerksam, die sich zunächst zu Fuß von einem Fahrzeug entfernten, dessen Alarmanlage ausgelöst worden war. Weil ihm die Situation verdächtig vorkam, alarmierte er die Polizei und folgte den beiden, die mittlerweile in ein Auto gestiegen waren. An der Kreuzung Bernauer Straße Ecke Seidelstraße nahmen Kräfte des Polizeiabschnitts 11 die Tatverdächtigen im Alter von 27 und 32 Jahren fest. Im potenziellen Fluchtwagen stellten sie diverses Diebesgut sicher, welches zu zwei ebenfalls in Tatortnähe aufgebrochenen Fahrzeugen passen könnte. Die mutmaßlichen Diebe, die sich nicht zum Tatvorwurf äußerten, kamen in einen Polizeigewahrsam, von dem aus sie mit Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den ermittelnden Dienstkräften der Kriminalpolizei der Direktion 1, Nord, überstellt wurden. Nummer 0463 Etwa zwei Stunden später, gegen 21.50 Uhr, waren es dieses Mal Zivilkräfte, denen vier Männer in Köpenick verdächtig vorkamen. So konnte das Quartett dabei beobachtet werden, wie es in einer Querstraße des Müggelheimer Dams einen Lastwagen gewaltsam aufbrach und Diebesgut in ein eigenes Fahrzeug verlud. Letztgenanntes wurde kurz darauf in Tatortnähe geparkt und die vier flüchteten mit einem weiteren Wagen. In eben diesem wurden die Langfinger wenig später gestoppt und mit Hilfe von Unterstützungskräften festgenommen. Neben dem 40-jährigen Fahrer handelt es sich bei ihnen um drei jeweils 46-jährige Männer. Auch sie kamen allesamt in einen Polizeigewahrsam und wurden anschließend der Kriminalpolizei der Direktion 2, West, übergeben. Die beiden Tatfahrzeuge wurden sichergestellt. Bericht, Autofahrerin behindert Radschutzstreifen, beleidigt und attackiert Kontrollliegende Polizeikräfte. Nummer 0464 Gestern Nachmittag kam es im Gesundbrunnen zu einem Polizeieinsatz, nachdem Polizeikräfte eine Autofahrerin kontrollieren wollten. Gegen 17.30 Uhr stellten zwei Polizisten einen Pkw in der Prinzenallee fest, welcher auf einem Radschutzstreifen unzulässig abgestellt war. Die 27-jährige Fahrerin habe in ihrem Auto gesessen und sofort aggressiv auf die Anwesenheit der Polizeikräfte reagiert. Sie beleidigte die Beamten. Anschließend versuchte sie, vom Einsatzort wegzufahren. Dies wurde durch einen quergestellten Einsatzwagen jedoch verhindert. Die Fahrerin habe daraufhin ihr Fahrzeug verlassen und griff die Polizeikräfte an, indem sie geschlagen, getreten und geschubst und die Einsatzkräfte weiterhin beleidigt habe. Hierbei erlitt ein Polizist Verletzungen im Gesicht und an den Beinen. Die Angreiferin schloss sich schließlich in ihren Pkw ein, in dem sich auch ihre Kinder, vier und sechs Jahre, befanden. In der Zwischenzeit versammelten sich zahlreiche Schaulustige am Einsatzort. Sie filmten die Maßnahmen und versuchten auf das Einsatzgeschehen einzuwirken. Erst nach einem geduldigen 45-minütigen Gespräch zeigte sich die Autofahrerin zunächst kooperativ gegenüber den Polizeikräften und stieg aus ihrem Wagen. Bei ihrer Festnahme verletzte sie erneut einen Kollegen am Bein und leistete wiederum Widerstand. Unter den Schaulustigen habe sich auch ein 24-jähriger Angehöriger der 27-Jährigen befunden, welcher die Festnahme verhindern wollte. Trotz mehrmaliger Aufforderung der Polizeikräfte, die Störungen der Festnahme zu unterlassen, filmte er die Maßnahmen weiter und versuchte fortgesetzt, auf das Geschehen einzuwirken. Auch er leistete, bei der sich anschließenden Festnahme seiner Person, Widerstand gegen die Einsatzkräfte. Die beiden Festgenommenen wurden zur Identitätsfeststellung auf einen Polizeiabschnitt der Direktion 1, Nord, gebracht und anschließend entlassen. Die anwesenden Kinder wurden einem Familienangehörigen am Einsatzort übergeben. Die leicht verletzten Polizeibeamten verblieben im Dienst. Gegen die 27-Jährige wird nun ein Strafermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffes auf und Widerstandes gegen Polizeivollzugsbeamte, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verweigerung der Namensangabe und wegen des Verkehrsverstoßes eingeleitet. Der 24-Jährige Angehörige muss sich wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte verantworten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Abschnittkommissariat der Direktion 1, Nord. Bericht Raub auf Supermarkt Polizei bittet um Mithilfe Nummer 0465 Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Überwachungskamera bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Suche nach einem Tatverdächtigen. Der Unbekannte soll am 20. Oktober 2022 an die Kasse eines Supermarktes im Selgenauer Weg in Rudow getreten sein und der Kassiererin mehrfach mit einer Bierflasche auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend habe der Mann Bargeld im dreistelligen Bereich aus der Kasse entnommen und ist geflohen. Die Kassiererin erlitt durch den Angriff eine blutende Schnittwunde am Kopf. Personenbeschreibungen Männlich, ca. 25-30 Jahre alt Ca. 190-195 cm groß Schlanke Statur Schwarze Trainingshose, an den Seiten weiße Streifen Heller Kapuzenhoodie Weiße Sneaker, hinten an der Sohle schwarz abgesetzt Die Ermittlerinnen und Ermittler fragen Wer kennt den abgebildeten Mann? Wer kann Hinweise zur Identität und oder zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen? Wer hat die Tat beobachtet oder kann sonstige, sachdienliche Hinweise geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 4 in der Eiswaldstraße 18, 12249 Berlin-Langwitz, unter der Telefonnummer 030-4664-473130 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Bericht Schlafende Einbrecher von Polizei überrascht Nummer 0466 Gestern Morgen nahmen Polizeikräfte einen 67-jährigen Einbrecher in einer Wohnung in Wilmersdorf fest. Wegen längerer Abwesenheit der Mutter kümmerte sich die 50 Jahre alte Tochter um die Wohnung ihrer Mutter in der Geroldsteiner Straße. Sie bemerkte gegen 8.45 Uhr eine eingeschlagene Fensterscheibe der Terrassentür und den veränderten Zustand der Wohnungseingangstür und alarmierte die Polizei. Die alarmierten Polizisten fanden den Einbrecher schlafend im Bett. Sie weckten den stark alkoholisierten Mann und nahmen ihn fest. In der Wohnung konnte von ihm eine gepackte Tasche mit Diebesgut aus der Wohnung und Einbruchswerkzeug gefunden werden. Der einschlägig polizeibekannte 67-Jährige wird heute einem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2, West.